Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In meinem letzten Video habe ich euch einen kurzen Trailer zu einem neuen Projekt gezeigt. Leider darf ich nicht viel über das Projekt verraten, aber ihr konntet im Trailer ein Schiff erkennen. Natürlich habe ich aufgenommen, wie wir das Schiff gebaut haben. Leider konnte ich nicht dazu den Replay-Mod verwenden. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Video. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.